Ja hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Plans vs Zombies, GardenWolf, ich bin euch Firobu und ich habe gerade einen Livestream mit Ote hinter mir, beziehungsweise er hat gestreamt, hat mir da ein paar an mir, weil wir waren nicht sehr viele sag es mal so, hat mir, beziehungsweise er hat uns halt ein paar neue Games gezeigt und die waren schon recht nice und wir kamen dann halt auf pvz und wir haben es dann gezockt, ich habe mit ihm gezockt und es war mega heiß, ich habe dadurch richtig Bock auf pvz wiederbekommen, deswegen nehme ich jetzt auch direkt hier auf wieder äh, ja, äh, doofe bis jetzt war nur, äh, das, äh, ich habe schon zwei Aufnahmen gemacht gehabt, bloß da war einfach Abhilfe des, äh, der Sonne war weg na komm, das muss da Pilze geben, wann was, leider keine Kills oder wie, das gibt's doch nicht Och, Menno, nur hat ein Spieler gekillt immerhin, er hat ein Geschenkpaket als Kopf, lol, tötet ihn, tötet es, bevor es Eier legt Jut, ähm, wir haben Glück, wir nehmen den Garten auf jeden Fall ein, ja, aber sind direkt hier gespawnt Ui, und, komm, wie? Wieso ist der denn nicht gestorben? Nein, warum so viele Lärm, Mann? Ach, Mendo, ach, so ein Scheiß Ja, äh, gut, wie gesagt, ich bin jetzt momentan im Aufnahmefieber, ich dachte mal, dass das jetzt mit meinem Shadowplay-Programm mit dem nicht mehr pvz wieder funktioniert, jetzt, ich habe einfach ein Rechen neu gestartet und hoffe, dass es funktioniert Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, äh, ich werde mich aber jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen was bemühen Denn, äh, ich werde jetzt auf jeden Fall mir noch ein Intro basteln und alles Oh, wo kommt der denn? Von der Seite, oder was? Oh, schon da, ok Ja, und wie gesagt, ich war so mit Ote zusammen, weil dann war ich in den Runden mega supergeil Ich habe sogar den Videobeweis, den ich gerne am Ende noch zeigen, vielleicht mal schauen, wenn ich einblicken kann Ich habe die Aufnahme noch, bis ich habe die Aufnahme direkt veröffentlicht und erst mal habe ich sein Einverständnis nicht und zweitens, äh, ist einfach die Sache Ich hoffe, dass ein Sound halt, äh, halbe Sekunde, 20 Sekunden versetzt sind, halbe Sekunde, ja, äh, halbe Minute, 20 Sekunden versetzt sind Im Gegensatz zu meinem, da passt das halt alles nicht zu meinem, und der Fall hat man uns halt doppelt Was war das denn jetzt? Oh, wir sind schon hier, ok, gut Ja, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, äh, ja, dass es jetzt passt Gut, ist hier einer? Ja, hier ist keiner, ah, hier oben ist einer Alles klar Wo sind denn die ganzen Zombies hin, äh? Das sicher sind jetzt alle auf dem Dach hier unten Ah, schade, da kriege ich da durch Oder doch, jawoll! Aber den Himmelskämpfer hier, den holen wir noch, komm Jawoll, den haben wir noch geholt Nice, nice, ja, vier Kills Geht noch, klar So, äh, wir schwimmen mal den Charakter wechseln Jetzt, ich will mal auf die... Ich nehme den, wir schwimmen Der, den bauen wir heute Feuer wieder Ich will, es wird auch jetzt hier keine Vorstellungsvideo von irgendeiner Variante oder Klasse sein oder so Es ist einfach nur so heißen, äh Endlich wieder PVZ, oder wie sobald in der Hand mal schauen Wie fang ich sogar noch an zu gehen, da glaube ich doch nicht Wie kann ich denn... Die ganze Zeit habe ich nicht gegeben, weil das jetzt nicht So, Alter, was geht denn mit dem ab? Hat aber noch einer, den habe ich nicht getroffen, okay Schade, wir werden auch nicht reanimiert, ne, werden wir nicht Ich weiß noch, früher habe ich mit der Cartier richtig abgegangen Boah, jetzt habt ihr, da habe ich sogar noch ein Video und alles glaube ich sogar Oder? Komm, dann habe ich den hier einfach in der Luft gezerfickt Aber naja, jetzt ist das halt nicht mehr so Fack, okay, ich muss wieder eine andere Variante nehmen, ich komme momentan nicht darauf klar Ich habe einfach zu lange keinen PVZ mehr gespielt Okay, Sunblume, Schnapper, äh, die Herbse Eisherbse fand ich doof Kommandoherbse, äh, Herbsenagent Zbären, Plasmaherbse Nehmen wir doch mal die Plasmaherbse, die sieht auch arg cool aus Ich habe die auch noch voll gepimpt, wenn man sieht, ey Komm Hört doch, ach Mensch Ja, irgendwie fehlt mir jetzt gerade irgendwie die Variante, die ich spielen würde Ich war liebsten eigentlich Zombiespielen, oder? Sieht doch mega cool aus Na gut, weiter geht's, äh Mensch, 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 ey Die werden das noch mal schaffen, ey So wie das aussieht Die sind entweder mega schlecht Weil die machen das aber auch wirklich genau richtig Einer schickt den Scheißwagen und der Rest verteidigt Ah Mensch, und da sind wir schon wieder down Die machen es echt super Das muss man den Leuten auf jeden Fall hier lassen Die haben es echt drauf Warte, die haben schon wieder geschickt, meinte reicht der, glaube ich doch nicht Ähh Ähh, warte, da gab's ja die immer genau Lieber die kackt hier nehm ich einfach mal Aber die hatten mehrfach Schuss drin Vielleicht klappt das ja mit der besser Ah, wir machen alles kaputt Ja, wir können hier baden, cool Na komm schon Ach du Scheiß, ach ne, keine Chance Da ist echt keine Chance mehr Boah, ne Ich sterb einfach nur noch Äh, womit kann ich dir den meisten Schaden machen? Mit nerbsenkanone Kann ich die meisten Schaden machen? Oh, oh Ähh, ne Schade Schade, da sind wir auf jeden Fall noch Hui, yeah Abonniert mich Guckt meine Videos, yeah Oh nein, au Au Ja Ach, schade Wir haben leider verloren Ja gut, dann war das jetzt eine Kurzrunde Ich werde, ich hab mal nicht aufgenommen, hat jetzt geklappt Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder Und in dem nächsten Crack wieder Ich würde sagen, haut da rein Und So sind wir denn, da sind wir Und sag mal Ciao